Werden wir sehen, lassen wir uns überraschen. Drei unserer Dropships sind auf der Weg, um ein anderes Verwalt auf der Forschungsfamilie zu unterhalten. Sie werden sie nicht lange zurückhalten. Geht in da und helft ihnen aus. Unsere Dropships gehen in, um die Anwaltungs-APCs zu unterhalten. Sie sind viel übernommen und brauchen deine Hilfe. Und unsere Hilfe ist wieder benötigt. Okay, das ist mir grad zu heftig hier. Ich muss erstmal hier eins... Ach komm, nehmen wir Boden-Modus. Und dann nehme ich die Torpedos. Wobei, ach ne, die haben ja... Ich weiß nicht, jetzt bin mir nicht so sicher, sind die effektiv oder sind sie nicht effektiv? Achso, und das ist ja ah, diese komische Plasma... Plasma-Disc, was auch immer. Hm, aber ob die so effektiv ist, weiß ich auch nicht. So, irgendwas wurde zerstört, hab ich grade gehört. Und ich muss versuchen, die restlichen... Ja, ich geb' mir doch Mühe. Ich geb' mir doch Mühe. So, die sind hin, hier sind... Ach man... Hier sind doch Soldaten von mir. Sind die zu blöd? Okay. Äh, sind meine Soldaten da nicht in der Lage... Ein paar Gegner mal, um uns zu killen. Puh, die Panzer sind... Nicht so ne Bedrohung. Ja, ich shoot down the APC, was auch immer das heißt. Ist aber auch egal, müssen wir nicht wissen, wir brauchen das ja nur abschießen. Äh, komm ich hier rüber? Ja, okay. Nein, kein Schuss fällt. Damn. Wer bist du denn? Oh, jetzt hab ich ihn zum Matsch. Enemy Bombers? Bomber sind nicht gut. Aber wir haben ja Raketen dafür. Hier geblieben. Wollte der mich rammen? Ich geb' dir gleich rammen. Hier, weg mit dir. Versuchen die mich eigentlich echt zu rammen? Oder bin ich nur zufällig irgendwie direkt in ihrer Flugbahn drin? Oh, meine Energie sieht eben her sehr gut aus. Wenn möglich sollte ich mich gleich mal aufladen. Kaboom. So, komm, weg mit dir. Exzellente Arbeit. Alle Anwesenen haben getötet. Exzellente Arbeit. So, wo ist die Heilungs... Oh. Okay. Äh, ja, das war eine kurze Mission. Dann scheiß auf Heilung. Wir schreiten weiter fort. Leviathan. Zone 3. Mal gucken. Rockets. Äh, leichte Anti-Panzer. Alternative zur Vulkan-Cannon. Joa, okay. Frosch im Hals. Mini-Rockets. Äh... Äh... Unendlich Munition. Sehr gut. Okay. Dann... Kann ich... Okay, ja, kann man scheinbar dann doch austauschen. Denn, ja, würde ich sagen, nehmen wir mal... Die Mini-Rockets und die Rockets, die wir neu bekommen haben. Vermutlich sind die ja stärker als die Waffen, die wir schon hatten. Ein grosser Enemies-Battle-Cruiser geht nach einer unserer Stadt. Wenn es in die Feuerwehrmacht umgehen kann, dann wird die Lauf des Lebens katastrophisch. Ha, ha, alter. Was ist denn das für eine Pistole, die wir jetzt haben? Ein bisschen fett. So, wo ist er denn? Der da hinten? Der ist ganz schön groß, kann das sein. Ja, der ist ganz schön groß. Ja, der ist ganz schön groß. Und er wird schwer bewacht, so wie es aussieht. Okay, wie wär's... Ups. Autsch. Wie wär's denn, wenn ich erstmal... ...die anderen Schiffe abschieße, die den beschützen? Oh, fuck. Oh, fuck. Moment, von wem werde ich denn hier immer so schwer beschossen? Hier, weg mit dir. Was sind das für komische... ... Keine Ahnung, irgendwelche Abfangjäger oder sowas? Oh, ich muss mich heilen. ... 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 Das war gar nicht gut. Das versuchen wir nochmal. Und vielleicht bin ich diesmal ein bisschen vorsichtiger. Fette Kanone. Okay. Ja, ich werde jetzt erstmal die... ...die Gleitschiffe abschließen, glaube ich. So, kommen sie langsam in Reichweite. So, weg mit den Gleitschiffen. Fuck. Wobei der Transporter selber auch ganz schön austeilt. Aua. Kann es sein, dass diese Schiffe auch von dem... Ups. Ja, die Taste sollte man auch loslassen. Ähm, dass die von dem... ...quasi gespawnt werden. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da immer mehr davon ankommen. So, das Schiff sollte erledigt werden. Nein. Verdammt. Aber ich hatte da noch nicht alle Energie wieder verloren, oder? Hm, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen üben. So, und von wo kamen denn immer die Begleitschiffe? Eben bin ich mal von der Seite so angeflogen. Da sind sie. Ich schätze, ich sollte in Bewegung bleiben. So. Friss Raketen. So. Enemycruiser ist heavy damaged. Habe ich das richtig gehört? Aua. Lass mich in Ruhe. Ah, fuck. Ja, ich bin schon wieder ziemlich beschädigt. Enemy shield ist down. Das Feuer soll ich auf die Front konzentrieren. Okay. Okay, gehen wir mal in den Bodenmodus. Da habe ich ja noch Raketen. So. Na, geht doch. You have saved the city. So, jetzt sind wir nur noch diese kleinen... Kommt schon her. Hier, friss Raketen. Diese Mini-Raketen sind natürlich ein bisschen langsamer, glaube ich. Damit treffe ich da nicht ganz so leicht. Na komm, fliegen wir ihm einfach hinterher. Aua. Wieso sind denn da jetzt wieder zwei davon? Okay. Kann ich mich hier aufladen? Irgendwo? Nee. Oh. Okay. War wieder eine schnelle Mission. Ja, dann würde ich sagen, geht's weiter. Mission. Infiltration. Ich vermute, wir müssen irgendwas infiltrieren. In Zone 4. Maverick. Äh, kraftvolle ballistische Rakete. Devastating penetration. Penetrating warheads. Äh, äh, äh. Hier, durchschlagende... Äh, äh. Äh, Sprengköpfe. Äh, blablabla. Mehrere können abgeschossen werden. Äh, okay. Und die haben ja irgendwie ein Zielsuchsystem. Assault Cannon. Die größte, äh, äh, Panzerwaffe, die jemals produziert wurde. Hochverziehende Magnesiumgeschosse. Äh, äh, Tremendous Damage. Okay. Ich glaube... Nee, halt für den, für den, für den, für den Jet nehm ich lieber die Vulkan Cannon. Und Maverick, die ersetzen den Phönix. Assault Cannon ersetzt die Flackern. Okay. Ich würde sagen, probieren wir es aus. Wir haben, äh, äh, in den nördlichen Eiswästen. Sei vorsichtig! Machen wir uns mal auf zur ersten Radarstation, die irgendwo hier ist. Äh, da. Was? Messenger... Die Radarposition verabschiedet eine Warnung, aber du musst den Messenger-Plane stoppen, bevor es die Basis alertet wird. Die Basis hat nicht verabschiedet. Gehe nach der nächsten Radarstation. Gut. Die Flugzeuge halten scheinbar nicht viel aus. Ein Schiff hat die Basis verlassen, um die Kommunikationsdurchsage zu verabschieden. Keine Ahnung. Die zweite Radarposition hat dich verabschiedet. Verabschiedet es! Die Radarposition ist bereit, um zu transmiten. Gehe es runter! Keine Ahnung. Oh, halt. Das... Doch, das ist doch das Flugzeug. Das Flugzeug wurde verabschiedet. Das Flugzeug wurde verabschiedet.